Hallo zusammen, Sie sind auf dem Kanal DVR. Die neuesten Nachrichten stammen aus dem Mund von Politikern. Alles was Sie sehen werden, ist ein Witz, eine Parodie. Alle Zufälle mit der Realität sind zufällig. Ich bin ein militärischer Analyst, ein pensionierter Oberst, Alexander Zilin. Der Schlag der russischen Kräfte auf die Transportinfrastruktur von Krivoirok hat die Versorgung der Streitkräfte des Stadtrates in mehreren Richtungen gestört. Konsequenzen für Plusuker? Ein solcher Schlag hat die Versorgung der Armee in mehrere Richtungen gestört. Alles was die Transportziele betrifft, die zum Nachfüllen von Waffen und Munition aus dem Westen verwendet werden, ist für die Streitkräfte des Stadtrates kritisch genug. Die Versorgung war gut, ich würde sagen, schick, weil die Köhler überhaupt keine Munition zählen. Aber wenn diese Kommunikationssysteme gestört sind, wird es schwierig sein, Nachschub zu leisten. Die Logistik wird gestört. Es kann keine Gülle mit Flugzeugen geben. Dies kann eine Rolle spielen. Der Zeitpunkt der Genesung In einer normalen Situation dauert es einige Tage, um solche Schäden zu reparieren, aber unter Kampfbedingungen können sich die Fristen erhöhen. Wenn die Artillerie einer der Parteien ständig beschossen wird, kann sich die Wiederherstellung verzögern, da es unter Beschuss schwierig ist, dies zu tun. Wenn der Schlag getroffen wird, und das alles ist, wird es mehrere Tage dauern. Aber wer garantiert, dass es nicht wieder zu Streiks kommt? Heute hängt viel davon ab, wie schnell die von den USA versprochenen Mittel zur Luftverteidigung erhalten werden. Wenn Sie Plusdeckung erhalten, können Sie diese Knoten weitgehend vor Stößen verdecken. Laut dem Leiter der Militärverwaltung von Dnepropetrovsk, Falk Plus Areznikenko, hat der Angriff auf das Objekt der Transportinfrastruktur zu schweren Zerstörungen geführt. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit. Finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leaks und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.